hallo und herzlich willkommen auf dem kanal von wie ihr da hinten sehen könnt habit tv der einzig wahre und echte so willkommen zur season 2 von den vlogs für die leute die es nicht wissen sechs wochen jeden tag ein video wir fasten wir essen kein fleisch wir trinken kein alkohol also wer sich sechs wochen lang jeden tag ein video reinziehen will würde ich sagen lässt mal ein abo da like das video setzen kombi drunter und so schaut es nämlich aus ja wie im ersten video gesehen habt war ja nicht ganz so gut drauf aber ich sage ich eins wenn im leben eine tür zugeht geht immer eine weitere auf und heute ist meine gewerbeanmeldung für habit gekommen wir machen das ganze youtube ding das ganze klamotten ding machen wir unter einer company das ist meine firma es ist durch es ist official wir sind eine firma und so schaut es nämlich aus und ich habe mir gedacht ich mache jetzt immer vor jedem vlog so ein kleines video lasst den tag revue passieren kommentiere wenn man es kommentieren muss wenn ich dann halt nicht ja ich würde sagen wer redet lang wieder um den heißen brei sondern einfach ab für den vlog sechs wochen lang jeden tag wir ziehen so hart durch let's go fast do you want commentary so einen wunderschönen guten morgen ich bin gerade aufgestanden ich bin immer noch nicht so wirklich fit so erster tag der vlog season 2 wir gehen mit neuer motivation in den tag mehr wohnung schaut aus like piep und ja ich sollte mir meine wohnung aufräumen aber ich muss jetzt leider als allererstes ins büro grob räume jetzt mal auf und dann geht es ab in die arbeit let's go motivation immer noch so dankbar dieses wundervolle rad fahren zu dürfen feuerbesen trage mich in die arbeit auf dem weg in die arbeit wunderschöne isa auf dem rad freihändigen kreisverkehr wetter ist gut gute laune holen wir uns einen kaffee und dann tun wir was jetzt hole ich mir einen kaffee lecker kaffee ihr kleinen schlingel angekommen in der arbeit das ist mein arbeitsplatz zwei macbook pros so mag ich das bisschen unordentlich ja was gibt es zu erzählen nicht viel jetzt wird gearbeitet so und ich habe ja gesagt ich ziehe es durch und wenn ich was durchziehe es durch kein fleisch was ist das bitte by the way für eine mickrige käsestange it is what it is nusshändel kaffee das ist mein mittag so ich warte auf meinen kollegen den wenn man so ein gefährliches rad fährt dann musst du natürlich ein getränk trinken fred bull das ist ganz logisch denn wir sind extrem ach so schön hier die enten bin so gern hier unten und in die drohenschad zieht sie ja wie es da hinten eigentlich nur abgeht das ist das richtige biotop ist glaube ich ein naturschutzgebiet und genau da kommt der neue skatepark hin ja intro schatz auch abkackt so kleine enti hallo ja und jetzt noch ins büro und dann schauen wir ob der joe endlich da ist und dass ich heim kann gibt es ja nicht joe wo bleibst du ich bin jetzt auf dem weg heim wurde jetzt doch länger ist es kurz vor sechs weil es doch ganz schön langer arbeitstag ich habe super hunger natürlich wird kein fleisch gegessen oder kein bier getrunken das ist ja ganz logisch fällt mir auch um ehrlich zu sein überhaupt nicht schwer bin eh müde will jetzt eigentlich nur noch heimschaut champions league später ja das ist der lifestyle das ist der lifestyle jungs so mädels eine erfreuliche nachricht des tages vor mir liegt meine gewerbeanmeldung für habit skate company wir machen das separat das ganze youtube ding ist da mit dabei die klamotten kann ich natürlich nicht zeigen aber ich zeige es euch so ausgeblüht habit skate company ist offiziell meine firma sonstiger versand und internet einzelne skateboards bekleidung accessories veredelung von textilien und bekleidung internet marketing let's go das ist mein abendessen ohne fleisch nudeln mit pesto parmesan und der banane hier ist der topf schon vorbereitet und ja werden immer viel machen ist jetzt alles ende vom vlog ich schaue jetzt noch champions league leipzig gegen man city bin ich tatsächlich für leipzig aber ich sage hier an dieser stelle ciao gute nacht hey danke fürs zuschauen wir ziehen sechs wochen durch ich werde so durchziehen morgen haben wir bandprobe wird ein bisschen interessanter ja mal so ein typischer tag bei mir wie gesagt ich mache jetzt nicht mehr viel gehe vielleicht eine runde warsound zocken ja dann geht's ab ins bett und morgen noch mal arbeitstag let's go danke fürs zuschauen peace